Wenn der los rennt, das ist so ätzend, du kannst nichts mehr machen, du kannst ihn nicht steuern, der rennt überall hin, nur nicht dahin, wo du hin willst. Kleine Ausrede am Rande so, ne? Ach, da ist Adams, seh ich gerade, vielleicht sollten wir ihn mal halten, ja, mach doch noch ne Granaten. Da kann man noch nen Granetchen, oh. Braucht das gleiche Waffen. So, der ist weg, dann keine Muni mehr. Geil. Da war die M14. Okay. Naja. Oh, das war knapp. Woah. Ich hab das Gefühl, dass wir ne Stelle übers Sprung haben. Weil wenn ich vorher einfach nur... Oh, Niska. Oh, Niska. Oh, da steht ein Feuer. Mist, da hat er uns noch mal erwischt. Verdammt. Ich glaube, ich stand die ganze Zeit im Feuer, aber durch dieses Rot sieht man gar nichts mehr. Das ist bisschen Kacke. Meine Feuer ist wahrscheinlich Ritz dazu flackert. Was ist nicht? Halt! Fick dich! No. Wer ist tot? So. Erstmal die Waffe nehmen. Passt auf die Schraubflind auf! Oh! Muss nachladen! Gibt mir Deckung! Gebt mir Deckung! Ja, ist immer da. Oh, 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 oh. Boah, Granate. Geh doch hier hinter in Deckung, Idiot. Alter Schwede. Oh, da hat er mir noch mal richtig an die Mitte gegeben. Oh, 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 oh. Ich habe ihn längst gesehen. So, da ist noch einer, den ich jetzt nicht sehe. Oh, 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 oh. Ja, genau. Alter, ist das kompliziert. Ich werde jetzt mal ein paar Granaten hier schmeißen. Jetzt reicht es, Müll. Mann. So, Kaffee schnappen. Na, du nach. Na, du nach. So, der ist auch weg. Dann kommt hier einer. Warum kommt der denn aus der Deckung raus? Verdammt, sie ungehen mich. Gib mir Teuerschutz, Adams. Ah. Ja, toll. Ach. Oh. Kill this bestätigt, verdammt. So, endlich ist er weg. Der ist auch weg. So, dann gehen wir jetzt mal hier rüber. Oh, oh, oh. Genau, fick dich. Oh, 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 oh. Das ist unsere Deckung. Und. All das. Und. Zack. So, erleden auch, erleden auch, erleden auch. Hab das Schwein erwischt. Geht doch. Das war's fürs Erste. Wir müssen weiter. Kannst du gehen? Geht schon. Gut. Wir müssen ein Logo finden. Dann holen wir uns Conrad. Wir wollen jetzt mal brauchen. Moni. Guck mal, wie er plötzlich aufstehen kann. Das ist so, es wäre nichts gewesen. Ne. Komm hier. Zack. Okay. Lade nach. Erst mal nachladen. Genau. Und dann schauen wir uns mal um hier. Was das so Moni-technisch gibt. UMP. Ich hätte ja gern die. Oh, das ist ja alles zur Auswahl. P90. Die SCAR war auch geil. Ah, ich weiß nicht. Was nehme ich denn nun mit? Oh, die SCAR ja eigentlich fast besser wäre. Aber ist egal. Ist egal. So, fein lassen. Oh je. Oh oh. Das ist mal, glaube ich, selber noch nicht so ernst. Mit einem scheiß gebrochenen Arm. Oh mein Gott. Da sind auch ein paar Geheiminfos. Das Signal kam von irgendwo nördlich. Ist doch was. Los, komm. Diese Menschen haben das Ende der Welt erlebt. Keine Nahrung. Kein Wasser. Keine Hoffnung. Freunde tot. Familie abgeschlachtet. Sie leben in der Hölle. Und doch schnuppern sie noch an den sterbenden Rosen. Ich verstehe, warum der König tut. Was er tut. Aber wenn diese Menschen noch genug in sich finden, Kunst zu machen, ist er vielleicht mehr, als er sieht. Ich denke sehr auf Don Morrow, der aus dem zerbombten London sendete. Er half Menschen. Zeigte ihnen etwas, das die Nazis nicht kleinkriegten. Der Truck da draußen hat CB-Funk. Wenn ich jetzt noch ein paar Lautsprecher auftreiben könnte, das wäre doch was. Tja. Dann machen wir. Wir müssen jetzt hier unsere Kollegen retten. Oh Gott. Offenes Feld. Kommt aber schon gleich wieder Gegner. Vorsicht jetzt. Los. Das war so klar. Scharfschütze auf dem Boot. Wir müssen alle abziehen zu kriegen. Wir müssen alle abziehen. Okay. Die war so auf jeden Fall die falsche Wahl. Schau, ich dachte jetzt explodiert hier irgendwas cooles, aber nein. So. Bewerbheitsführung. Oh oh. Wo sind denn der Sniper? Da ist er. Erledige den Scharfschützen. Ich lege ihn um. So, wir gehen erstmal den exekutieren. Er ist der nächste. Kriegen der Muni. Okay. Komm, den schnappen wir uns hier. Brauchst dich gar nicht verstecken. Ich hab dich im Target, mein Freund. Aua. Da hat mich anscheinend noch jemand im Target. Na komm hoch. Alter, ich schieße schon wieder wie ne Mutti. Okay, erstmal nachladen. Wo ist er hin? Delta ist auf dem Weg. Okay. Wir wechseln mal die Waffe. Boah, keine bösen Wörter hier. Genau, rück mal vor. Ich rücke mit. Vor. So. Am Arsch. Am Arsch. Da ist schon ja einer. Okay, wir schauen uns mal hier noch weiter um. Ja, sagst du mir jetzt. Nachdem man mir schon ein Feuer mitgegeben hat. So, weg. Das ist doch offen. Ja, alles klar. Okay, bleib wo du bist. Wir holen dich da raus. Wir müssen walken. Da kommt deine Patrouille. Was sind Sie? Scheiße, zu spät. Okay. Das sieht doch irgendwie nach einer guten Snaphouse. Kann man da übersehen. Am Arsch. Das ist ein Munitionsbehälter. Scheiß drauf. Dächer habt. Schau mal hier. Farmers. Nehmen wir jetzt mal mit. Auch wenn ihr dieses scheiß Zielfernrohr hattet. Ich fand die jetzt nicht so pralle. Sind unterwegs. Ja. Zwei Uhr. Feindliches Feuer aus dem Luftdach. Hintergrund. Kein weiter. Lade nach. Oh. Feind ausgeschaltet. Scheiße. Verschüss. Ja, nicht nur du. Ich auch. Wer verhast Kanate. Tschüss. So. Hier haben wir auf jeden Fall eigentlich an Achievements abgegriffen. Erstmal weg mit der Farmers. Irgendwie mag ich die nicht. Die Waffe ist wirklich cool. Aber. Aber nicht mit dem Zielfernrohr. Der rennt da hoch einfach durch. ist da. So. Splendgranaten. Da komm. Okay. alles klar so da waren auch noch welche wenn man sieht nicht wirklich viel ich bin auch getroffen so der weg da kam noch einer habe ich doch gesehen war der ist weg erstmal mach ich wir brauchen auf jeden fall noch ein bisschen die muni ich geh hinten rum am arsch geh ich hinten rum ich muss vorne rum weil ich brauch muni erst mal die skam klingt gut wir treffen uns sobald ihr sicher ist alles klar für die p90 geht uns auch langsam die muni aus aber das muss sein das muss sein scheiß auf muni so hier geht es auf jeden fall runter machen wir machen war da kann man noch ein bisschen muni für die skam das ist wohl wahr alle drin frei echt mal so man sieht das ein und jetzt geht wieder schneller voran das heißt komisch und gleich wieder gegen das war gegen eine messer Küken. Alter. Aua, aua, aua. Okay, wir werden uns das hinfangen. Boah. Ich muss jetzt, wenn ich mich von hinten angreifen. Guck mal da. Der ist weg. Zack. Zack. Ja, hier sind überall welche. Ach du Scheiße. Ach so, das ist unser, wa? Hier ist doch Adams. Wusste ich doch. So langsam kann ich auch die Gesichter mir mal merken. Aber komm, ich will deine Waffe hier. Gegen. Oh. Ja, genau. Ist klar. Guck dir von oben mal so eben. Total. Ey, nein. Finde ich jetzt nicht so pralle. Aber kein Problem. Nochmal halt von vorne. Warum auch nicht? So. Genau, schnell zur Jacht. Da kommt ein Fahre mit dem Messer am Arsch. Und er will aufpassen. Schwerer Truper. Halt bewegt sich. Vorsicht. Fick dich. Genau. Ja. Oh, jetzt muss der nachladen. Ich glaube es ja wohl nicht. Es hackt. Mann. Unfassbar. Unfassbar. Okay. Und nochmal. Oh, ich habe jetzt mal nie dazu gekriegt. Cool. Okay, lauf. Oh, wir haben eine Munition gekriegt für die Scar. Ein. Sicher gelohnt. Ich würde mal sagen, ich gehe mal nach oben. Fick mit dir. Naja. Aber ich habe jetzt hier übelst gute Deckung so. Das ist sehr dachbar. Das ist mein Spot. Das war die falsche Granate. Werfe Granate. Okay, weg ist er. Ja, das haben wir alle hier sehen. Vorsicht, der Sandsturm kommt. Halt bewegt, das hat uns noch gefehlt. Kann sein. Los, eingraben und bereit machen. So, erstmal hier. Oh, ich glaube ich bleib mal da oben. Oh, ich glaube ich bleib mal da oben. Boah, wie ich das hasse, wenn es von allen Seiten kommt. Was ist mit Granate? Und da hat mich die Granate voll erwischt. Okay. Fand ich jetzt nicht so pralle. Aber ich würde sagen, es ist auf jeden Fall mal sowieso jetzt Zeit, die Aufnahmen langsam zu beenden. Habe jetzt eine Stunde aufgenommen, bin schon wieder völlig verwirrt. Wie immer. Kennt ihr ja nicht anders. Cool, wenn ich noch ein paar Mal sterbe, wird das immer mehr Money. Geil. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr dann den nächsten Park hier einschaltet. Jetzt müsste auch bald mal das Finale kommen. Also würde ich sagen, macht's gut. Bis denne und tschau'sen.